Willkommen auf meinem Kanal liebe Technikfreunde. Heute tauchen wir ein in die Welt der hochauflösenden Unterhaltung und schauen uns den Samsung Fernseher aus der DU8079 Serie an. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid oder einfach nur neugierig auf die neuesten Features und Innovationen von Samsung, dann seid ihr hier genau richtig. Die Links zum Produkt findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Schaut dort vorbei um die aktuellen Preise zu sehen oder die Meinungen anderer Käufer zu lesen. Also legen wir los und sehen uns an, was dieser Fernseher alles zu bieten hat. Der Samsung Fernseher aus der DU8079 Serie beeindruckt schon auf den ersten Blick mit seinem eleganten Design in stilvollem Schwarz. Mit einem Gewicht von 42,5 Kilogramm und einer beeindruckenden Breite von 190,09 Zentimeter ist dieser TV ein echtes Schwergewicht unter den Fernsehern. Die Höhe von 112,91 Zentimeter und die Tiefe von 39,66 Zentimeter sorgen dafür, dass er trotz seiner Größe schlank und modern wirkt. Dank der Weserhalterung mit den Maßen 600 x 400 Millimetern kannst du den Fernseher problemlos an der Wand montieren und das faszinierend filigrane Design lässt dein TV beinahe mit der Wand verschmelzen. Was besonders praktisch ist, du kannst die Aufstellhöhe und Breite deines TVs ganz nach deinen Wünschen anpassen. Der Standfuß bietet zudem die Möglichkeit, deine Soundbar optisch perfekt zu integrieren. So schaffst du nicht nur ein harmonisches Gesamtbild, sondern sorgst auch für einen aufgeräumten und stilvollen Look in deinem Wohnzimmer. Der DU8079 ist also nicht nur ein technisches Highlight, sondern auch ein echter Hingucker, der in jedem Raum eine gute Figur macht. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf den Bildschirm des Samsung DU8079. Mit einer beeindruckenden Bildschirmdiagonale von 85 Zoll tauchst du förmlich in deine Lieblingsfilme und Serien ein. Die 4K-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und die Bilderhochfrequenz von 100 Hertz sorgen für gestochen scharfe Bilder und flüssige Bewegungen, die jedes Detail lebendig erscheinen lassen. Dank der Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC erlebst du eine unglaubliche Farbvielfalt, die von der VA-Panel-Technologie und der Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung perfekt unterstützt wird. Ein weiteres Highlight ist die Dynamic Crystal Color Technologie, die dich in ein Meer aus satten und realitätsnahen Farben entführt. Die moderne Phosphor-Technologie erweitert das Farbspektrum und sorgt für beeindruckende Details. Der Crystal Processor 4K sorgt dafür, dass auch Inhalte, die nicht in 4K vorliegen, durch das leistungsstarke 4K-Upscaling nahezu in 4K-Qualität wiedergegeben werden. So wirken Farbnuancen fast so lebendig, als würdest du sie in der Realität sehen. Der Contrast Enhancer passt den Kontrast dynamisch an und sorgt für ein intensives Seherlebnis mit mehr Tiefe und lebendigen Farben. Dank High Dynamic Range HDR genießt du ein breites Spektrum an Farben und visuellen Details, sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen. Dies erhöht das Verhältnis zwischen den hellsten und dunkelsten Bereichen einer Szene und sorgt dafür, dass du jedes Detail klar erkennen kannst. Auch wenn der Fernseher in die Energieeffizienzklasse G fällt und einen jährlichen Energieverbrauch von 233 kWh hat, bietet er dir dennoch eine herausragende Bildqualität, die jedes Filmerlebnis unvergesslich macht. Mit all diesen Funktionen und Technologien hebt der Samsung DU8079 dein Fernseherlebnis auf ein neues Level. Weiter geht es mit dem Audioerlebnis des Samsung DU8079 Fernsehers. Mit zwei integrierten Lautsprechern und einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt liefert dieser TV einen soliden Klang, der den Raum füllt. Der optische Audioausgang ermöglicht zudem die einfache Verbindung zu externen Audiosystemen, falls du noch mehr aus deinem Sound herausholen möchtest. Eine herausragende Funktion ist Q-Symphony, die deinen Fernseher und deine Soundbar klanglich perfekt aufeinander abstimmt, sodass der Sound gleichzeitig wiedergegeben wird. Das Ergebnis ist ein überzeugender Surround-Effekt, bei dem du den Fernsehlautsprecher nicht stumm schalten musst. Dies sorgt für ein noch intensiveres Klangerlebnis, das dich mitten ins Geschehen zieht. Dank OTS Lite erlebst du virtuellen 3D-Surround-Sound, bei dem Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben kommen. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und dich tiefer ins Bildgeschehen eintauchen lässt. Der Samsung DU8079 Fernseher ist nicht nur ein visuelles und akustisches Highlight, sondern auch ein echtes Smart-TV-Wunder. Mit dem Betriebssystem Tizen 8.0 bietet dieser Fernseher eine breite Palette an Apps und Diensten, die dein Unterhaltungserlebnis auf ein neues Level heben. Dank Samsung TV Plus kannst du über 200 kostenlose Live-TV-Kanäle und tausende von Filmen auf Abruf genießen. Für Gaming-Enthusiasten gibt es den Gaming Hub, der zahlreiche Cloud-Gaming-Dienste bietet, sodass du keine Konsole benötigst. Die Daily Plus App hilft dir, deine täglichen Aktivitäten im Blick zu behalten, während SmartThings dir ermöglicht, alle deine kompatiblen Geräte direkt mit deinem Fernseher zu steuern. In puncto Konnektivität ist der DU8079 bestens ausgestattet. Mit zwei USB-Anschlüssen, drei HDMI-Anschlüssen, zwei Antenneneingängen, ein Ethernet RJ45 LAN-Anschluss, ein CI-Slot, WiFi 802.11ac und Bluetooth 5.2 bietet er vielseitige Verbindungsmöglichkeiten. Damit sind wir am Ende unseres Reviews zum Samsung-Fernseher aus der DU8079-Serie angekommen. Denkt daran, dass ihr in der Videobeschreibung die Links zu den besten Preisen für dieses Produkt findet. Stellt eure Fragen gerne in den Kommentaren und teilt uns eure Meinung mit. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr es nützlich fandet, dann abonniert unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!